Hallo zusammen, hier ist wieder euer Agner917 mit Let's Play Nier! Nach einer längeren Pause geht's auch jetzt bei diesem Projekt endlich mal weiter. Ja, warum gab's hier ne Pause? Ich hab mehrmals das hier jetzt schon aufgenommen, bis zum nächsten Bossgegner. Und ich habe mehrmals gefailt in der Aufnahme, aka Aufnahme im Eimer. Und nicht verwertbar. Deswegen gibt's das Ganze jetzt eben nochmal zu sehen. Und ich mach das Ganze jetzt nochmal, das heißt, ich hab das jetzt alles schon gesehen und seh das jetzt so am trollsten Mal. Daher, medizinische Kräuter und Metalle mit. Und zwar, zuerst bevor wir irgendwie weiterspielen, muss ich erstmal die Steuerung wieder reinkriegen. A springen, B war Türen öffnen, X war verprügeln die Welt und springen und Y war töten. Okay. Ja, was wollte ich machen? Und zwar, ich wollte euch mal etwas mehr vom Spiel zeigen. Und zwar die ganzen Nebenmissionen, Levelmissionen, Quests, wie man's nennen möchte. Wie es einfach hier jetzt weitergeht. Und zwar, dieser Typ hat ne Quest hier für uns. Ich kenn die ja jetzt schon. Die ist an sich ziemlich einfach. Aber der Gegner, der wir besiegen müssen, ist ziemlich stark. Und dafür sind wir nicht stark genug. Deswegen nehm ich die noch nicht an. Die zeig ich euch in der anderen Aufnahme. Aber wir nehmen jetzt die von dieser Dame hier an, indem ich mal B drücke, statt A. Ah, nach euch habe ich gesucht. Könnte ich euch um einen kleinen Gefallen bitten? Klar, warum geht's? Meine Kinder wollen jeden Abend Hammelfleisch essen und es geht mir ständig aus. Außerdem habe ich keine Zeit, einen Haufen Schafe zu jagen. Wenn ihr mir zehn Stücke Hammelfleisch bringt, werde ich euch gebührend dafür entlohnen. Wie klingt das? Mission annehmen, natürlich, wir wollen arbeiten. In den Kochstunden, klingt gut. Wie leid, du machst mir einen Haufen Schafe. Diese sind Schafe. Was ist die Unterschiede? Na, du weißt, die Kugel ist anders. Und sie verändern, sie essen anders. Die Menschen sind auch anders, aber ihr seid alle nur Menschen. Ja, ja. Vergesst mal den Einsatzblark. Ja, auf jeden Fall müssen wir zehn Schafe jagen. Diese Nebenmission möchte ich euch gerne in voller Länge zeigen. Und andere Missionen werde ich hauptsächlich offscreen machen, um zu leveln oder am Geld zu kommen oder sonstiges. Deswegen werde ich nicht alles zeigen, aber wenn eine interessante Sequenz oder Ticks läuft, werde ich schnell die Aufnahmetaste hämmern, dass wir das entsprechende Aufnahme haben und den Kasten haben. Genau. So, was haben wir da vorne? Das waren medizinische Kräuter, die ich nicht verwerten kann. Das ist auch medizinische Kräuter. Okay, dann würde ich sagen, wir machen uns mal auf die Jagd nach dem Hammelfleisch. Das wir unbedingt jetzt haben wollten. Und dann gehen wir mal danach, dorthin, wo uns das rote X befiehlt, hinzugehen. Das X, der verdammt ist. Und Yuna läuft! Okay. Okay. Schafe hunting? Es ist wirklich keine Aufgabe, die für dich zu immodest ist. Es ist viel schwerer, als es so ist, Weiss. Diese kleinen Böden sind schnell. Also schau sie mit Magie. Oh, Crap. Was ist das? Oh, Schade! Wollte haben. Wolle. Stopp yelling like a madman, every time you come to a realization. You can save Yuna, Weiss. Hammelfleisch. You may be able to save the whole damn world. I'm not glad we met. Hammelfle, 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 vor der dich kickt. Ja! Ja! Ausgewichen! Und sie hauen ab. Ich sollte mich verabschieden. Verreckt! Oh, wenn ich nicht treffe, verreckt dran. Egal. Ihr merkt, hier sind jetzt überall Schatten, die uns das Leben schwer machen und uns weit wegkicken können. Nein. Nein, 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 nein. Hammelfleisch. Bei Fuß, du hässliches Scheißviech. Scheißviech. Danke. Das Wort Luke erhalten für Magie. Magie kostet minus 2%. Du hast dein Wort erhalten. Du hast dein Wort erhalten. Wörter erlauben es dir, Waffen ohne Magie zu verstärken. Erhaltende Wörter kannst du benutzen, indem du sie im Reiter Wörter von Grimorre weißt. Waffen oder Magie hinzufügt. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Funktion, muss ich sagen. Die ordentlich verfügt. Äh. B, komm. Komm, hebe auf. Ich will wissen, ob das Hammelfleisch, Hammelfleisch. Der Sprechmore. Items. Äh, Rohmaterialien. Das ist da Hammelfleisch. 7, okay. Drei brauchen wir noch. Die kriegen wir, die kriegen wir auch. Einmal Hammelfleisch. So mitnehmen wir der. Auf'n Doppelwarp. Ja, oder so ähnlich. Na, lauter Schatten. Wir haben nicht gesehen, shit. Dann krügel ich euch halt das. Denk Kopf aus den Arsch. Oder das Hürden aus dem Fuß. Ist mir auch egal. Oh, diese dreckigen. Fücher. Komm. Stirbt. Man hört die Fücher, die jetzt Spuren brechen, wenn sie. Und sterben. Da schreckt ich meistens dabei. Bezinische Kräuter, das machen wir jetzt erstmal. Äh, Generation Kräuter. Benutzen, danke. Und sammeln. Und du gibst mir ein altes Schulbuch. Ein weiteres. Ich muss mich am Morgen kratzen. Ich hab' roh'n. Okay. Wir brauchen weitere Schafe. Schafe. Was bist du? Bist du Ziege oder ein Schaf? Bist du Ziege? Das ist auch ne Ziege. Aber da hinten ist ein Item. Ja, Item. Ein Leuchti. Okay. Medizinische Kräuter halten wir. Inventar Limit. Larks. Okay. Ich würd' sagen, ich mach' jetzt einen kurzen Cut, während ich die letzten dreimal Hammelfleisch besorge. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Ja, und hier bin ich wieder. Die Quest ist erledigt. Und wir können sie direkt abgeben. Ja. Und die Opieps. Hier ist euer Hammelfleisch. Oh, vielen Dank. Ich schwöre, diese Kinder fressen mir eines Tages noch die Haare vom Kopf. Und denkt daran, wenn ihr noch mehr habt, kaufe ich es euch gerne ab. 1500 Gold. Yay. Die Mission Kochstunde ist abgeschlossen. So, wir haben etwas mehr Geld dadurch. 2816 Gold. Und ich würd' sagen, wir hauen das jetzt nicht auf den Kopf. Nein, wir begeben uns jetzt zu unserer Mission hin. Wo es eigentlich auch weitergehen sollte. Und ich treff' euch gleich direkt dort, wo es weitergeht. Vor der Tür sozusagen. Bis gleich. So, hier hinten geht's jetzt weiter. Wir müssen zum Adlerhorst. Oder so ähnlich ist das Ding, ja. Falls ihr euch noch daran erinnert. Und dahin geht's hier durch. Ich musste einmal quer nach links über die Steppe da laufen. Und schon war ich angekommen. Also es war jetzt nicht ein sonderlicher Weiterweg. Es war, ja, ein kurzer Weg. Ein sehr kurzer Weg. Aber es ist kein Problem. Und zwar, als erstes gucken wir uns mal hier rum. Ich kenn das, wie gesagt, schon. Daher weiß ich jetzt, wie alles geht. Scheint alles verlassen zu sein. Und hier können wir auch nichts erkennen. Okay. Da alles verlassen ist, verlassen wir es. Durch diese Tür. Juhu. So, und ich mache inzwischen einen zweiten Speicher, sozusagen, in diesem Spiel. Damit ich, falls ich eine Fail-Aufnahme mache, nicht alles neu spielen muss. Und ich lasse euch einfach mal kurz diese, ja, Musik genießen. Und ich lasse euch einfach mal kurz erzählen. So, und ich mache inzwischen einenerishop, sonst zur Augen. Und ich mache in kittens. Das woanders auf. Cincinnati initial sagt. So. Und wir haben gesehen, wo wir hin müssen. Ganz nach rechts oben. Erstmal möchte ich das Leuchti. Kupfererz. Okay. Wer weiß, wofür wir das brauchen können. Und ich speichere schnell. Larks. Speichern. Äh, speichern und prüfen. Und zwar, ich speichere jetzt immer auf diesen zweiten State, sozusagen. Diesen zweiten Slot. Damit wir im Jahr 2005 aufnehmen. Äh, nein. Und zwar, damit ich einfach, wenn ich hier jetzt irgendwie feile bei der Aufnahme entsprechend, damit ich einfach die obere laden kann und dann die entsprechend habe. Also Sicherheits-Safe-State, sozusagen. Und wir müssen jetzt einfach hier oben. Wie sollen wir uns zu den Chefshaus erreichen? Ah, ist leck. Boah, leck. Warten wir kurz. Sollte aufgehört haben. So. Boah, Alter. Die waren zu nah zusammen. Stirb. Tutorial halten. Das ist das Tutorial. Blutaufsaugen vorgestaltet. Alte Schulbuch und zerstörbare Kisten. Okay. Okay. Verpiss dich. Und so. Das Wort Paar halten. Angefress 2%. Gucken wir uns auch mal die Wörter an. Das Lilienblatt-Schwert ist übrigens neu. Das habe ich mir besorgt. Das habe ich gekauft. Wir hauen einen Loop drauf. Äh, hier scheint nichts drauf zu sein. Festlegen. Auch Magiekost minus 2%. Hier können wir Paar. Und hier Lu. Sehr schön. Okay. Da haben wir jetzt wieder ein paar Wörter drin. Die uns helfen werden. Und uns ein bisschen stärker machen sozusagen. Genauer verteilen werde ich die Wann andersmal und es euch zeigen. Und zwar, wir müssen erstmal den da besiegen. Ja, ich werde jetzt hier, auch wenn ich weiß, wie es weitergeht. Wir müssen Zeit lassen, um genau das zu erreichen, aufzuleveln. Und das ziemliche Korte brauchen wir nicht wissen wollen. Wir haben alle. Okay. Hochminum. Ja. Leiter. 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 Okay, ich habe genug Leiter gesagt. Opa. Darüber wollen wir. Und, komm her. Tod. Und, das Wort Geber halten. Magie plus 2%. Magie verstärkt. Und zwei weitere Dauer. Wir arbeiten uns jetzt über diese Brücke, weil da sind wir nämlich schon fast da. Und da noch mehr Tod. Das Wort Mara halten. Items sind minus 2%. Das ist beim Farben bestimmt ganz gut, oder? Oh jeje. Eieiei, lasst mich da durch. Ihr bekommt nämlich jetzt sowas ab. Äh. Die kriegen die eigenen Taten von sich ab. Boah, alte Schubuch. Oh, alter Dauer. Sie können jetzt entsprechen, die es sich auch Magie nutzen. Und das müssen wir in Geschwistern, dass wir uns halt nicht vorfassigen Schaden machen. Von hier benutze ich jetzt ein medizinisches Traum. Wie ihr gleich wieder einzuhalten habt. Da habe ich gleich nichts ziemlich aus. Ich weiß nicht. 새록, ich will nicht mehr Taten von sich ab.